Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier am Bewegtbild-Account von Pogipsi Network. Und heute geht es um etwas ganz Großes. Ganz Großes im Sinn von einem Tablet. Und damit wir uns das ein bisschen genauer anschauen können, würde ich sagen, mache ich ein kleines Unboxing. Hier geht es wirklich nur um ein kleines Unboxing. Alles andere, wie immer im Pogipsi.ch-Blog dann schlussendlich drin zum Nachlesen. Vielleicht mache ich später nochmals ein Video. Ich habe mir jetzt hier mal nur das Tablet gekauft, das heisst kein Stift dazu, kein Folie, also keine Tastatur etc. Da habe ich ja unter anderem für zu Hause hier meine beliebte Logitech, wo ich die ganzen Tablets und Smartphones reinstecken kann. Aber ja, mal schauen. Das Tablet selber, schlicht und einfach wie immer bei Apple. Auf der Seite steht nur iPad. Hinten sind die Spezifikationen drauf. Und damit ihr das lesen könnt, auch in der richtigen Größe. Genau. Ich habe mich schlussendlich dann doch für die 256 GB entschieden. Und die Displaygröße, nicht das kleine 11 Zoll, in Anführungs-Schlusszeichen kleine, sondern das 12,9 Zoll iPad Pro in der WiFi-Only-Version. Voilà. Das Tablet drin kommt gleich zum Vorschein. Und wie ihr seht, es nimmt den ganzen Platz kompakt mit ein. Und jetzt, ich kann fast nicht das auf die Seite legen und den Rest anschauen, aber das tun wir doch gleich. Zuallererst, hier haben wir wieder mal typisch die ganzen Papiergeschichten. Eine Vorstellung, sprich, was das iPad überhaupt ist, wie man es bedient, weil wir haben ja keinen Home-Button mehr. Das Dock, wie man es einblendet, das Control-Center etc. Hier eine schöne kleine Anleitung und sicherlich neben den diversen Sprachen, die wir haben, auch irgendwo noch die Kleber, hoffe ich doch. Wegen dem kauft man doch so ein Apple-Gerät vor allem. Der ist noch hier drin. Genau. Hier, zweimal die weißen. Übrigens, das neue iPad Pro gibt es nur noch in zwei Farben. Einmal in Silber, was ihr hier gesehen habt, und in Space Gray. Ich wollte eigentlich Space Gray, war mir nicht ganz sicher. Die Entscheidung wurde mir abgenommen, denn Space Gray gibt es nicht mehr oder gab es nicht mehr, war ausverkauft und somit habe ich Silber, passt natürlich auch viel mehr zu meinen ganzen anderen Devices, die ich von Apple habe. Somit eben, wie gesagt, die Entscheidung wurde mir abgenommen. Beim USB-Kabel, und hier mache ich mal die Schalte auf diese Richtung, ist USB-C auf USB-C. Neu hat ja das iPad nicht mehr Lightning, sondern USB-C. und zusätzlich liegt ein 18-Watt-Teil, also ein 18-Watt-Ladeadapter mit dabei, um das Ganze schnell und kompakt aufladen zu können. Schön von der Form her angenehm. Ich hoffe, das nächste iPhone kommt auch mit USB-C, weil mittlerweile habe ich so ziemlich alles auf USB-C-Basis. Von dem her wäre es doch nicht mal so schlecht, würde ich sagen. Aber schauen wir uns doch das iPad im Detail an. Vielleicht hier noch ein interessanter Vergleich. Meine Tochter hat auch gerade sich das iPad oder ihr erstes iPad gekauft. Das hier, was ihr hier auf dieser Seite seht, ist das iPad 2018. Ich nenne das immer das Schul-iPad. Das ist das, was im Frühjahr rausgekommen ist, mit einem relativ günstigen Preis, zumindest für Apple-Verhältnisse. Und hier, wenn man das Ganze anschaut, vom Gewicht her, ich habe jetzt die beiden Angaben nicht, aber wow, schon ein Unterschied. Und eben auch von der Dünne des ganzen Tablets aus. Mal schauen, ob ich die nebeneinander bekomme. Das ist natürlich schwierig mit den abgerundenen Kanten, aber es ist dünn, das neue iPad. Ja, was soll ich hier zu sagen? Ich würde sagen, ich packe es mal zuerst aus. Wie immer schön vorsichtig, wie sich das gehört. Und jetzt hier das Tablet. Wie ihr sehen könnt, auf der Rückseite ist neben der Kamera und dem Blitz, sowie dem sekundären Mikrofon oder dem fünften Mikrofon besser gesagt, eben das Kameramodul, ein silberner Apfel und unten die normalen Beschriftungen, sowie hier die Connector-Dots. Das ist das, wenn man das Folio anmacht, also generell für das Zubehör anmacht, die Verknüpfung, um das Ganze zu connecten. Dann, was hat man noch auf der Rückseite? Genau, hier ein kleines Band, das nicht als Aluminium ist. Hier ist Kunststoff und da sind ziemlich sicherlich die Antennen drin verbaut. In meinem Fall die WLAN-Antenne im 3G. Bin ich nicht sicher, habe ich es mir nicht angeschaut. Könnt ihr mir vorstellen, ist es auch hier drin. Ansonsten wird es unten oder sonst wo angebracht sein. Das sollte man sich anschauen, wenn man sich interessiert für eben die Zellular-Version. Auf der linken Seite habt ihr nichts, ausser hier ein Mikrofon. Auf der rechten Seite ist dafür umso mehr. Und jetzt wieder scharf, genau. So, die Lautstärke, Knöpfe, laut und leise. Und hier die Möglichkeit, wo das Apple Pencil ankommt. Hier ist ein Magnet drin verbaut, wo das Ganze dann aufgeladen wird. Auf der Unterseite habt ihr neben den zwei Speakern und dem USB-Port auch noch die zwei, respektive drei Mikrofone verbaut. Und an der Oberseite sind es nochmals zwei plus der Speaker. Und jetzt muss ich schauen, jetzt bin ich nicht ganz sicher, ob ich es falschrum erzählt habe. Auf der Seite sind drei, auf der anderen Seite eines. Und genau, es hat auf jeden Fall fünf, insgesamt fünf Mikrofone verbaut. So rum, damit es korrekt ist. Auch hier wieder zwei Lautsprecher, also auf alle vier Seiten. Da sollte einiges an Sound rauskommen. Und da bin ich schon echt gespannt, wie das klingt. Auf der Oberseite habe ich noch vergessen den Ein- und Ausschaltknopf. Den braucht ihr auch für Siri aktivieren. Also einmal draufdrücken, wenn ihr es nicht auditiv aktiviert habt. Und ihr braucht den, wenn ihr mit Apple Pay bezahlt, zweimal kurz drauftappen und schon wird Apple Pay initiiert. Ja, das ist es. Wie ihr sehen könnt, es hat einen relativ dünnen Rahn. Vor allem, wenn man es dann eben mit dem, ich sage jetzt mal, alten Design vergleicht, wo man auch richtig breiten Rand hatte. Und es ist halt wirklich ein Riesending. Ich stand wirklich, ja, während zwei Tagen länger im Apple Store und habe mir die beiden Modelle verglichen, in die Hand genommen, ein bisschen mit rumgespielt. Mit den ganzen Apps, die ich darauf nutzen möchte, ein bisschen was ausprobiert. Und ich bin schlussendlich dazu gekommen, es mit dem Größeren zu versuchen. Einfach aus dem Grund, weil ich das Gefühl hatte, mit eben von der Grösse her kann man einigermassen sagen, dass das kleiner etwa auf diese Grösse kommt. Das ist ein Ticken grösser. Aber dennoch sehr, sehr kompakter und ich wollte ein bisschen mehr Fläche, vor allem für Videos schneiden, solche Geschichten. Da ist man sicherlich froh drum, wenn man ein bisschen mehr Platz hat. Und wer mich kennt, ich arbeite gern mit Trello und ich möchte ein bisschen mehr sehen. Oder auf der grösseren Fläche was sehen. Die beiden Tablets, das 11 Zoll wie auch das 12,9 Zoll, haben ja die gleiche Auflösung. Einfach eine unterschiedlich grössere Fläche, die das Ganze darstellt. Ja, was kann ich sonst noch zum iPad sagen? Habe ich vielleicht noch ein paar Details für diejenigen, die es noch nicht studiert haben, kurz durchgerattert. Ihr habt hier ein, ja, wenn ich es dann habe. Genau. Vom Gewicht her liegen wir hier bei 631 Gramm. Die lange Seite sind 280,6 x 214,9 und in der Dünne eben, wie gesagt, 5,9 Millimeter. Das Display selber ist ein 12,9 Zoll mit einer Auflösung von 2732 x 2048 Pixel. Das Display ist, wie üblich bei Apple Devices in den meisten Fällen, außer jetzt natürlich bei den iPhone X und aufwärts, ein IPS Panel. Mit True Tone heisst, in der Nacht geht das Ganze runter. Es passt besser an. Ihr habt weniger Mühe mit den Augen und auch mit dem Einschlafen etc. Es ist deutlich besser für die Augen. Ihr habt im Inneren einen A12X Bionic Chip, der von einem M12 Koprozessor unterstützt wird. Die Anzahl RAM, die hier drin sind, gibt ja Apple meistens, oder generell nicht bekannt, das muss man über andere Quellen herausfinden. Habe ich in Sicht rausgesucht, weil es mich nicht interessiert, weil ein Apple Device ist einfach, ja, es rennt jeweils. Und das genügt mir. Von den Sensoren zum Entsperren. Es ist kein Homebutton drin, wie bei den Vorgängern iPad. Es ist eine Face ID Geschichte mit verbaut, wie ihr es vom iPhone her kennt, wenn ihr dann die X aufwärts habt. Zum Entsperren könnt ihr es in Hoch- wie auch in Queer-Format halten. Es ist ein Drei-Achsen-Gyrometer drin, Beschleunigungssensor, Barometer, Umgebungslichtsensor. Das heisst einfach, es bekommt mit, wenn ihr es bewegt, in welche Richtung ihr es bewegt. Es bekommt das Wetter mit, es bekommt die aktuellen Tageshelligkeiten mit über, Tag durch hell, nachts dunkel, Anpassung vom Display etc. Das kennt ihr ja alles von aktuellen Geräten, die es so aktuell auf dem Markt gibt. Die Kamera, welche verbaut ist, ist hier auf der Rückseite eine 12 Megapixel. Vorne ist eine True-Depth-Kamera mit 7 Megapixel. Und vom Speicher-Format, ich habe ja gesagt, ich habe mich entschieden. Ich war lange hin und her, 64, genügend mehr auf dem iPhone. Ich dachte, es sei im iPad auch so. Da ich aber eben, wie gesagt, das ein oder andere Video schneiden damit möchte, habe ich mich dann schlussendlich für die 256 Version entschieden. Ich hätte noch nehmen können eine 512er oder ein Terabyte. Die beiden waren dann aber auch preislich, wie auch sonst fern von Gut und Böse, weil ich habe ja Cloud für das meiste dann auch. Im Lieferumfang, das hatte ich ja schon, was alles beiliegt. Und ja, mehr kann ich aktuell noch nicht dazu sagen, ausser, dass es einfach wirklich heiß ist. Es ist dünn, es ist schön und sauber verarbeitet, wie man es halt kennt. Und es kommt wieder was zurück, was wir früher mal mit dem 4 oder noch mehr mit dem 5er, ich hatte es gerade nicht griffbereit, beim iPhone. Das waren die schönsten iPhones, wenn ihr mich fragt, die 5er-Version. Und in die Richtung geht es ja hier wieder vom Design. Und das gefällt mir extrem gut. Und somit, ja, ich werde jetzt die nächsten paar Wochen mal ein bisschen mit rumspielen, austesten und bin sehr, sehr gespannt, wie das Ganze bei mir funktionieren wird, weil ich möchte unterwegs nicht mehr mein MacBook mitschleppen. Ich möchte was Leichteres. Und ja, deshalb, wie gesagt, starte ich mal mit dem iPad. Eventuell werde ich mir noch den Stift dazu kaufen. Und das Case, das muss ich mir aber noch genau anschauen. Und ja, bin, wie gesagt, gespannt, wie der Test verlauft mit meinem neuen iPad, das ich hier jetzt nicht mehr ganz in die Kamera halten kann, weil ich mich sonst verdecke. Auf jeden Fall, besten Dank fürs Reinschauen. Euch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende, einen schönen Wochenanfang, wenn immer euch hier das Video schaut. Und ja, bis zum nächsten Gadget. Euer Pogipsi. Tschüss.